So meine Lieben, nun machen wir mal wieder ein Let's Play. Und zwar spielen wir Planet Crafter. Das ist ein Spiel, bei dem man einen Planeten terraformen muss. Ihr seht selber unten eine Anzeige, also Gesundheit, Wasser und Sauerstoff. Sauerstoff bekommt man in seiner kleinen Kapsel hier, wenn man wieder reingeht. Gucken wir doch mal, was wir da drin haben. Wie funktioniert das? Ah ja, okay, linke Maustaste. Was haben wir hier? Ja, Space Food. Okay, Space Food und Wasserflasche, nehmen wir mal mit. Ui, was war das? Okay. Samen. Was ist das? Craft. Oxygen. Kapsel und Water, also Sauerstoff und Wasser. Gut, okay. Was man tun muss, ist natürlich, das ist bei den meisten Spielen so, irgendwas sammeln, ja. Wie funktioniert das jetzt hier? Ach so, man muss noch näher hingehen. Okay, alles klar. Silikon. Okay, Silikon. Das ist, was ist das hier? Eisen. Was haben wir hier? Eis. Es wäre ganz praktisch. Ja gut, ich bin natürlich jetzt No Man's Sky gewohnt, ne. Dass man das von der Empfehlung auch machen kann. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich eigentlich brauche. Steht das irgendwo hier? First Steps. Okay, also ein Rucksack, einen Rucksack basteln. Oh, ich sehe gerade, ich gehe. Ich habe ein Sauerstoffproblem. Was haben wir hier noch? Okay, ich bin mal gespannt, was ich eigentlich brauche. Ja, 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 ich weiß schon. Äh, Sauerstoff. Das ist ja doch wie Subnautica. Read Message. Okay. Was ist das hier? Ach, Magnesium Bräuter. Okay. So ein Rucksack. Und nu? Inventory. Bag. Tab. Okay. Okay, habe ich jetzt da... Kann ich das jetzt ausrüsten, das Ding? Ja! Okay, es war jetzt ein zusätzlicher Platz. Oder? Was muss ich noch basteln? Okay, einen T1-Tank. Das ist der hier hinten, oder? T1-Tank. Okay, da brauche ich jetzt Magnesium. Okay, na gut, da muss man einmal suchen, ne. Wo immer das auch ist. Bin mal gespannt, ob es einen Scanner gibt. Silikon. Wie schaut Magnesium aus? Ach! Okay, das ist also Magnesium. Interessant. Aber schaut das immer gleich aus? Das ist die Frage, ne? Das dürfte auch noch Magnesium sein? Ja. Okay. Okay, also die ganzen Sachen hier, die haben verschiedene... Es schauen immer so aus, dass man es auch ein bisschen erkennen kann. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich brauche viel Eis für Wasser, oder? Okay. Wow, das sind... Oh, du brauchst immer ein ganzes... Ein ganz... Oh, jetzt geht es wieder dahin, ne? Mit Sauerstoff und so. Das kann ich noch von Subnautica. So, also einen T1-Tank müssen wir basteln, haben wir gesagt. Okay, den haben wir jetzt wieder im Inventar anscheinend. Und dann kann ich den ausrüsten. Okay, das erhöht dann wahrscheinlich auch die... Ja, also die generelle Sauerstoffkapazität. So, was muss ich noch machen? Microchip Construct. Okay. Und das dann equippen. Deconstruction. Construction. Okay, bei normalem Magnesium. Ah, verdammte Axt. Ich glaube, da hinten liegt eins rum, oder? Ja, man erkennt es. Das ist echt cool. Ich habe noch Eisen mit. Jetzt haben wir hier Silikon, aber ja, schon drin. Okay. So, also was muss ich... Was, 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 Michael. Ah, okay. Ich will nochmal schauen, was ich jetzt falsch gemacht. Construction, okay. Was ist das jetzt? Chip, wer ist das? Structures, okay. Craft Living Compartment, okay. Also Lebensdingenskirchen. Ich glaube, das war Kuh, oder? Ja. Okay. So, was brauche ich jetzt alles? Was ist jetzt los? Es geht der Wind. Ist hier ein Sturm, oder was? Wieso? Oh, wow. Was zum Geier. Ähm. Oh, wow. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das gut ist. Ähm. Also ich kann mir vorstellen, wir können das ja mal testen. Mal schauen, ob wir einen erwischen. Oder ob uns einer erwischt. Das ist gar nicht so einfach. Wenn du denen ausweichen müsstest, ne? Wäre es wesentlich schwieriger. Da kommt einer in unsere Richtung. Naja, der ist zu kurz, aber der könnte passen. Der könnte passen. Nein, der passt auch nicht. Der trifft mich auch nicht. Okay. Also wie gesagt, wenn man, wenn man ihnen ausweichen wollen würde, ne? Dann wäre das mit Sicherheit hochkomplex. Okay, 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 okay. Das schaut gut aus, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Okay. Also man stirbt nicht, aber man kriegt richtig eins auf den Mütz. Was ist das? Titan? Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was man da denn da machen müsste. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich meine Gesundheit wieder hochkriege. Weil ich glaube, das ist jetzt irgendwas mit Essen, ne? Mal kurz gucken, kann ich jetzt zum Beispiel das da... Ach, Restore's Health, okay? Right Click. Okay, alles klar, verstanden. Also so funktioniert das. Dann kann ich auch was trinken. Okay. So, also, was wollte ich machen? Ein Lebensdingens. Ein Lebensdingens. Okay, das schaut natürlich ein bisschen komisch aus. Wo kann ich das hinstellen? Oh, wow. Wart mal. Foundation Grid. Ich glaube, das wäre fast gescheit, wenn man da Foundation irgendwo hinsetzt, ne? Schauen wir das dann aus. Okay. Wow, gar nicht mehr so schlecht gemacht. Ähm, Kuh. Ach so, das kann ich jetzt wieder nicht basteln, weil mir Eisen fehlt, okay? Geht das schon wieder los? Dann müssen wir da fahren. Veräppeln hier, oder? Ja, ich wollte eine entspannende, äh, Erfahrung, ja? Und nicht hier, Weltuntergang. So, umfassbar. Ich würde die ganze Zeit irgendwelche Asteroiden da einschlagen. Das ist Silikon. Wobei, also Eisen brauche ich wohl ein bisschen mehr. Ach, Inventarfolio, hör auf. Oh, wow, jetzt geht mir das Sauerstoff an aus. Oh, wow, ich dachte, also, nein, nicht, nicht, nicht ich. Irgendjemand, aber nicht ich. Ja, 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 ja. Oxygen, ich weiß schon. Ah, Sauerstoff. Puh. Das kann so einfach. So, wie viel Eisen habe ich jetzt eigentlich? Iron, iron, iron. Wie viel Brei für das komische Ding? Zwei Eisen, okay. Jetzt setzen wir das mal da drauf. Ja, das ist... Okay. Was ist, wenn ich das jetzt da drauf setze? Okay, das hängt jetzt da drin, ne? Naja. Ist ja egal. Eine Tür. Bei Titan. Flippe aus. Ist das dein Ernst? Titan. Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Das ist Eisen. Silikon. Eisen. Jetzt haben wir hier hinten. Titan. Silikon. Titan ist sehr schwarz, würde man sagen. Also extrem dunkel. Okay, das ist in der Teil schon wieder voll. Oh, wow. Also, mein erstes Wohndingens ist ja... Also, wow. Wow. Gut, das ist jetzt erstmal zum Testen, wa? So. Achso. Kuh. Tür. Okay. Guck mal an. Und da gibt es ein Sauerstoff. Craft Drill. Eine Windturbine bauen, muss ich auch. Wow. Eisen. Und Drill. Okay, den kann ich irgendwo hinstellen, oder was? Ist das wurscht wo? Okay, Kraft. Keine Ahnung, gibt es das jetzt irgendwo? Okay, den fahren wir jetzt einfach mal hin. Ist wurscht. Ich glaube, den werden wir irgendwas machen. Okay, ich brauche ja noch eine Windturbine, weil wir brauchen ja da wahrscheinlich auch Strom. Jetzt habe ich wieder kein Eisen mehr. Okay, das wird lustig. Nein, nicht Magnesium. Verdammt. Eisen. Okay. Dann können wir jetzt mal eine Windturbine irgendwo hinbauen. Erstmal irgendwo hin. Okay, jetzt habe ich hier Strom. Und ich habe einen Drill. Der macht was? Ja, was macht der? Warte mal, wie komme ich jetzt aus? Achso, Kuh. Und jetzt? Okay, irgendwas bohrt der da. Ich habe keine Ahnung, was der da macht, aber... Ich muss irgendwas zu essen machen. Heater. Heater. Veggie Tube. Okay, ein Veggie Tube. Okay, wir werden wahrscheinlich irgendwo reinstellen müssen, oder? Warte mal auf. Veggie Tube. Veggie Tube. Was macht der? Achso, da könnte ich jetzt... Ach ja, genau, da kann ich jetzt die Samen reinpacken. Okay. 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 Okay.